Sicherheitsvorkehrungen für Airbus-Chefs Durch die Lieferverzögerungen kann es allerdings zu leichten Turbulenzen bei Airbus kommen. Erste Regel als Airbus-Chef, bevor der Aktienkurs fällt, sollten Sie schnell Ihre eigenen Anteile gewinnbringend verkaufen. Achtung, Sie sollten die großen Scheine sicher unter dem Sitz verstauen, damit den kleinen Aktionären nichts auffällt. Sollte sich Ihre Lage gravierend verschlechtern, machen Sie das, was immer hilft. Ducken Sie sich, aber keine Sorge, als Kumpel des französischen Präsidenten kann Ihnen wenig passieren. Sollte selbst dies nicht helfen, bleibt Ihnen immer noch der Notausgang. Aber halt, Sie haben das Wichtigste vergessen, Ihre Abfindung. Gute Entscheidung, denn wer will schon bei einer Firma arbeiten, bei der nie was fertig wird. Und nun wünschen wir Ihnen einen angenehmen Ruhestand an der Côte d'Azur. Und zwar am besten mit guten Freunden, die auch bald in Pension gehen.